ARD Text im Auftrag von Funk Und ja, Produktion pro Stunde, Produktion, oi, okay Was ist der so lila? Achso, das ist das Rathausangebot Wie viele Juwelen bekommen? 500, Alter, nice Irgendwann werde ich mir eine Arbeiten-Nutte holen, ähm Ja, ihr könnt auch dem, ähm, Gamesucht Dino 6 auch mal vielleicht ein paar Fragen stellen Er wird dann aber gelegen, wenn ich antworte und so Und das Video könnte dann auch erst etwas nach ein paar Wochen kommen Weil er wird dann natürlich auch im Urlaub Ich werde auch die letzten zwei, zwei, vier Wochen Kannst du sagen, wo du bist und wo ich bin? Ja, also ich bin in Österreich Und ich bin in Köln Ja, er ist in Köln, oh? Nein, nein, nein Aber vielleicht ist das Ding, kann ja sein, ne? Alles möglich Ja Ähm Jo, ich würde, glaube ich, mal sagen Wie viel sind? Ich fordere mal an Ach, kannst du wieder? Mhm, du kannst auch gerne wieder Äh, ich hab noch nicht verwendet, meine Dingens Weil ich wollte irgendwie auch für schwere Momente aufheben Danke Bitte Jo, ähm Ich mach mal auf der zweiten Linse ein bisschen weiter Und versuch da mal voranzukommen Ich verbessere jetzt hier mal mein zweites Lager Dauer Eine Million Eine Minute Natürlich mach ich Das würde ich dann versuchen Irgendwann Ach, das muss ich auch platzieren dafür Kann ich noch nicht Und was muss ich noch platzieren? Zehn Zorn Easy Ach, zehn Zorn Kostet 10.000 Oder wie jetzt? Das vorige Gebäude haben wir fast fertig Lötiges Warten genommen Oh, jetzt hab ich nicht genug Money, money Lötiges Gold hol ich mir jetzt nicht dafür Ähm Was machen wir denn weg hier, die Zäune? Ähm Oh, der hat seine Verteidigung Seine Verteidigung steht offen Die haben wir Das müsste, das müsste Leitet Ewigkeiten vielleicht mal wieder ein Bild Und das ist perfekt Jetzt greift die an mich natürlich an Ist der bei der Zeit lang so Sieg Ach, der hat mich auch schon angegriffen Und ich hab gewonnen Und ich hab gewonnen Nice Was, machst du gerade so? Ich mach auch gerade Okay, ja Kämpf doch gerade Ja Verteidigung Ich überlege, ob ich mein Elixierlager Von Hier mein Elixierlager Level 3 auf Level Oder mein Goldlager Ein bisschen verbess Warte, was bräuchte ich mehr? Gold oder Elix? Dann würde ich entweder eine Mine aber verbessern Die hab ich auf Level 4 Auf Level 2 Ich glaub Was soll ich eher machen? Eine Level 2er Mine Auf Level 3 Oder eine Level 4er Mine Auf Level 5 Was wäre effizienter? Was denkst du? Von 2 auf 3 Okay Ja, dann haben wir mehrere hohe Mine Und dann, ja 15 Minuten auch nur dauert Nice Gold Mine zu setzen Oh, ähm Ey Leute, das mach ich jetzt einfach Und dann So, da bin ich wieder Jo, und ich hab jetzt noch eine Gold Eine weitere Gold Mine gesetzt Okay Jo Die setze ich genau an ein Goldlager hier Dann kann hier eine Bombe hin Und eine andere Bombe mach ich, glaub ich, mal woanders hin Hier so So enge Gänge bauen Ist aber auch eine gute Idee, ne? Ja Machst du das? Ich mach auch nicht Ich baue einfach so Immer Die Mauer etwas weiter aus Und dann halt immer, ja Ich verbesser mal alle meine Eckteile der Mauer Und dann beende ich das Video hier Und Magst du noch was sagen? Nö Außer Stell dir ruhig viele Fragen Was für eine Funne Video Und Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.